ja da sind wir wieder zurück nach diesen schönen oder nicht zu schönen Tod vom letzten Mal sind wir wieder hier und wollen jetzt schnell noch unsere Quests abgeben und dann werden wir uns an den Piepmatz rechnen und zwar ordentlich Schulterteile ah die sind nur knapp besser so also wie machen wir das wie machen wir das machen wir erst mal das hier ja wir machen erst mal dieses Bonus Event hier beziehungsweise das ist kein Bonus Event sondern es ist mehr oder weniger Vorbereitung für einen Rare Mob nehmen wir einfach mal mit und bekämpfen mal die blöden Piepmätzchen davon werden wir noch ein paar sehen wenn wir dann nach Acha kommen da gibt es dann viel davon zu sehen so hier müssen wir glaube ich erstmal alle umhauen und dann kommt soweit ich weiß der Event Boss schnell noch den Schatten abholen zack ja der fällt auch so um das ist nur schade es gibt irgendwie keine Erfahrungspunkte hier aber gut die wird sicherlich dann wird es dann gleich was geben so das müsste der letzte sein und jetzt sollte hier irgendwas passieren oder auch nicht das ist ja passiert ach hier kommen noch mehr oh nö was soll das denn ich hab mich doch nur schon jetzt gerade umgehauen wie viel wollt ihr denn jetzt hier noch schicken gibt immer noch keine Erfahrung Mann, 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 Mann so was dämliches oh die haben aber ein bisschen mehr Leben diesmal, hm scheint so scheint so scheint so scheint so jetzt heilt er sich ach Mensch komm, fall um falle er um das ist doch ach sie ich hab doch gerade schon alles hier weggemacht so ein Rotz aber ich glaube die Starken ziehen jetzt weg das sind nur noch die mit dem wenigeren Leben oh ich muss mir das mal wieder heilen okay das war noch ein größerer so das ist jetzt aber der letzte Freunde und dann will ich hier jetzt was sehen so jetzt hab ich alles weggemacht jetzt möchte ich hier aber was haben und zwar den Boss oder so ich denke mal da hinten kommt er aber aber das sind die Flustiere ah da ist er ja schon oha 297 Leben ob das so gut war was ich da gerade gemacht hab na wir werden es sehen wir werden es sehen ähm ich habe noch irgendwo ein Fläschchen nö so ich sage let's go weg damit wir wollen uns nicht von treffen lassen wir wollen uns auch nicht von treffen lassen so unter 20 Prozent sehr gut und gleich ist er hinüber so muss das sein je und das hat uns sagenhafte sagenhafte zwölf Garnitionsressourcen gebracht so jetzt kommen wir über die Platz jetzt gibt's Rache das ist ein bisschen Platz machen dass er wieder alles mitbringt was er mitbringt kann und wir kriegen einen neuen Rücken vielleicht wir werden es sehen dann weg 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 bevor bevor er edit und wir hier total unvorbereitet sind So, also, let's go. Das ist das uncoolste ever. Oh, jetzt lass mich halt durchkasten. Was gibt's da eigentlich? Warum können die blöden Viecher mal jetzt sterben? Komm, fall' um. Nein! So ein Dreck. Schon wieder. Oh man, ey. Das gibt's ja nicht. Es reicht's. Bin ich vielleicht doch noch ein bisschen schwach auf der Brust mit dem Charm? Mist. Aber jetzt hab ich ein paar von seinen komischen Küken getötet. Vielleicht erzählt's was. Vielleicht. Vielleicht. Ich geh' hier nicht weg. Bis dieser blöde Vogel umgefallen ist. Ja, da können wir uns gleich drum um den Bonus. Da können wir uns gleich drum. Katzen einsammeln. So, jetzt sag mir bitte, dass deine komischen Viecher alle weg sind. Jawohl, jetzt bist du nämlich nur noch alleine, du Nase. Ach nee, scheiße, jetzt sind sie wieder. Oh, nö. Okay, dann kümmern wir uns halt nur um den Bonus. Ja, ist ja alles gut, Mieze Kätzchen. Ach, dich muss ich auch umhauen. Wir haben ja alle so viel Leben hier. Was ist hier los? Was ist hier los? Ach, immer diese fetten Gegner. Ja, den Zellweg hat er uns mal gebraucht. So, jetzt beruhigen wir mal die Mietzchen. Höhen ruhig. Ah, diese blöden Küken, dass die immer noch da dran kleben. Mann, 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 Mann. Das Problem ist, so schnell kriege ich den aber auch gar nicht runter. Na, hinten vielleicht mal ein bisschen was einfallen. Dass man so mit dem hier noch schön ist. Hier sind die, die Void Tendrils. Oh, das ist sehr schön. Perfekt. Perfekt. Jawohl, ich verwandle mich und was braucht das Trinket. Ach, das ist doch Rotz. So, wir müssen mal gucken, dass wir die Piepmäze hier vielleicht jetzt, äh, Geburtstag bekommen. Wie lange hält das? Acht Sekunden. Zwanzig Sekunden. Zwanzig Sekunden. Das sollte man hinkriegen. Ach, das ist schon wieder der hässliche Große. So, das haben wir geschafft. Jetzt sammeln wir uns noch eben die Orbs. Dieser Vogel wird jetzt fallen. Dieser Vogel wird jetzt fallen. Da gibt es keine Widerworte. So, komm mal her, hier. Zack, zack. Zack. Zack, zack. Noch so ein kleiner. So. Jetzt sauber. Piep, 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 piep. Wo sind sie denn? Ins leeren Gang. Na, super. Na, dann warten wir jetzt die 18 Sekunden noch. Hier ist was los. Hier ist was los, sage ich euch. Käfig aufgegangen. Oder so. So, jetzt bereit machen. Kann man uns noch irgendwas schustern hier? Nee. Also. Let's go. Ah, ich muss doch noch mal ein Blast durchkriegen. Oh, das sieht gut aus. Jawohl. Jawohl. Falle um. Ah, geschafft. Rache ist mein. Diese Vögel, ne? Diese Vögel gehen da mir voll auf die Eier. Ja. Wo 26 von dem Rotz. Nein, ich will nicht mit der Stad. Derben. So ein Dreck, aber der Piep, 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 piep. Und tot. Mann, 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 Mann. Hier ist was los, ich sag's euch. Das war dann mal eine sehr erfolgreiche Folge. Wir haben uns damit beschäftigt, zwei große Vögel umzuhauen, wobei der eine uns ziemlich auf den Keks ging. Sehr schön. Aber sowas muss es auch mal geben. Wir wollen ja nicht durchrushen. Wir wollen uns das alles ja mal ein bisschen anschauen. Und da gehört halt auch dieser Vogel dazu. Und jetzt ist er endlich tot. Jetzt hoffentlich liegt die Leiche noch da, dass ich noch looten kann. Sonst, glaub ich, dreh ich dann durch und so. Schauen wir mal. Die kleinen blöden Viecher. Ach, er liegt noch da, Gott sei Dank. Und rett's. Juhu! Ein Umhang, der gratis so besser ist. Ach, Mensch, 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 Mensch. So, wo machen wir jetzt hin? Wir haben hier unten ein bisschen was zu tun. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Und das werden wir dann in der nächsten Folge genau unter die Lupe nehmen. Was denn hier alles Schönes ansteht. So, bis dahin wünsche ich euch erstmal alles Gute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017